ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so kommen wir an der konkurrenzschrift 1 remastered edition auf seite der sowjet zu ihm gegenschlag so rum von der konkurrenzschrift 1 gegenschlag auf seite der sowjet remastered und ja wir waren beim letzten mal hier in dieser interessanten spionage mission waffen brüder und wir sind gerade dabei die vollkopf brüder auszuspionieren was sie da mit den alliierten machen und wir müssen jetzt hier gleich abhauen der spion wurde nämlich entdeckt und wir müssen abhauen ich schätze mal wie gesagt ich schätze mal dass wenn die hunde da losgelassen werden das dass ich da so schnell wie möglich darunter muss weil sonst geht nichts verdammt schnell diese viecher ja leute hochzeit verstärkungen ach du scheiße um das wollte doch jetzt nicht ernsthaft mir verkackt mit mir verklicken oder dass ich jetzt hiermit einheit verloren oh gott ich muss mit dem hund noch mal ein bisschen rumlaufen okay ich verstehe schon leute ja das ist direkt mal ein interessanter start in die mission und die mannequin die werden also dann direkt gefressen hier unten hin diese drecks hunde er wirklich diese drecks viecher okay dann nach verdammt ich habe es nicht geschafft so und bauhof ein bauhof okay geil leute ein bauhof das gut aber wo soll ich den aufbauen da muss erst mal gucken wo ich meine basis aufbauen kann hier okay dann muss ich gucken da muss ich gucken aber ich glaube hier links ich glaube hier links ist ein guter platz oh ja leute so glatt machen wir haben den einstieg geschafft oh mein gott wieso haben wir russpanzer gegen uns das ist doch nicht mehr wahr das ist doch fast wie wenn man gegen einen echten spieler kämpft hier so den schafft ihr oder ja schafft ihr locker so sehr gut wir können uns eine basis wir können uns eine basis aufbauen das ist schon mal sehr gut gut leute dann würde ich sagen machen wir einfach mal direkt hier weiter nach wie vor sonntagnachmittag und verdammt interessant ja muss ich sagen und wir müssen einfach nur hier diese kleine basis platt machen genau einfach nur diese kleine basis platt machen so genau leute gut ich sagen kann ich mir erst mal die edelsteine da weil die brauche ich die brauche ich wenn wieder kein geld was ist das so schön die edelsteine einsacken so perfekt warum ist der kaputt so liebe leute da freue ich mich dass ihr wieder dabei seid beim guten alconquer remastert und ja wie wir jetzt hier versuchen diese verräter hier zu platt zu machen und würde ich sagen machen wir einfach mal weiter so groß kraftwerk und einen sammler bitte er dafür sucht das nämlich wieder ich habe hier genug tesla mannequin also von daher geht das schon so upsala erst mal der tradal nicht die werkstatt hier geht es noch weiter mit dem geld schau dich das an hier ist noch weiter mit dem ressourcenfeld das ist ja mal mega cool okay alles klar haben wir haben wir jetzt zumindest ruhe haben wir sehr gut sehr sehr gut leute oh mein gott wir können uns endlich mal in ruhe aufbauen ist das nicht geil ist das nicht geil so war da station an werkstatt das echte mini karte stellt euch mal dahin weil dann könnt ihr das schön auf den sammler schießen durch bisschen abfacken den gegner ja bisschen nerven den gegner so liebe leute tesla spule aber ich kann keinen test der panzer war und das ist blöd oder 130 von 300 80 ja fast schon so naja oder ich brauche erstmal die test der spule technologie center könnte ich bauen flugfäller könnte ich aufbauen werde ich auch machen gleich aber erst mal hier eine tesla spule hin so kommt bewegt euch mal was so was so wie stark sind die denn einheit verloren und noch mal eh aha ein dieb was will der mit dem dieb leute bleibt mal hier bleibt mal hier sondern ich muss erst mal das geld ausgeben nein warum hat er geliefert so okay egal gut dann werde ich energien bauen so und gleich mal ein paar flugfelder hier so genau jetzt flugfelder was so ja gut okay das geht ja noch der hat auch tesla maniken ach nö warum hat er denn auch tesla maniken okay egal haa tesla panzer so mix kann ich keine bauen okay mix kann ich keine bauen egal dann baue ich halt die guten jacke die jacks und joa so schnell ist die kohle weg ne so schnell ist die kohle weg so tesla panzer stelle ich mal da hin damit du vielleicht ein bisschen auf den sammler schießen kannst da den man ein bisschen daran hindern die kohle hier einzufarmen uiuiui renadiere boah die ziehen ganz schön viel ab die ziehen viel ab oh Flugzeuge rück mal die kohle schneller rein hier soll ändert so ah nein lass die mal ich glaube drei flugzeuge reicht in dem fall technologie center so boah der hat mir eine weggenommen der hat mir die weggenommen ja krass dann jetzt kommt da natürlich scheiße jetzt kommt der voll hier angeschissen jetzt kommt der voll hier angeschissen ja okay das geht ja noch das geht ja noch so das hätte ich nicht machen sollen hey einmal auf den sammler schießen aber geht schon geht schon irgendwie so da zack so und da oben drauf auf diesen sammler da gut dann ärgern wir den gegner schon mal ein bisschen technologie center so ich baue einfach tesla einheiten oh ich habe gar keine gar keine mannikenfabrik naja gut so kannst du auf den sammler da ballern ha sehr gut sehr schön so dann würde ich sagen kill mal den was ist das da für einer keine ahnung was das für ein typi war ja so geht es weiter liebe leute äh mannikenfabrik ja sollte ich auch mal bauen oh wir brauchen tatsächlich schon wieder silus ok interessant wird interessant dann bauen wir ein paar tesla trooper und ein paar tesla panzer so wird gebaut ja ganz genau he genau lass den sammler einfach mal da so zack sehr gut dann lass den das mal versuchen bitte artillerie die ist direkt weg ja oder so komm mach den kaputt zack sehr schön oh jack schade 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 dass ich da nicht reparieren kann ja jetzt so zack so sehr schön leute dann brauche ich meine flak am besten hör mal auf mit der einheitenproduktion bitte so ich muss mal ein bisschen reparieren wo ist mein anderer tesla panzer hat er den wieder weggekriegt hier ja so minus 20 ja das passt schon so das reicht auch von der verteidigung her ha perfekt sammler weg wunderbärchen weiter wunderbärchen so dann kann ich jetzt weiter bauen weitere tesla einheiten genug saft drauf oh ja volle ladung leute richtig cool und ja dann bauen wir uns einfach mal auf und dann zerstören wir mal diese mini basis da kann ich u-boote bauen ich kann u-boote bauen dann mache ich das doch mal einfach um zu gucken energie nummer 1 ja einfach um zu gucken wie die karte hier noch so aussieht so ja das kann ich leider nicht verhindern das ist das problem die mic kann ich nicht verhindern die kohle die reicht auch nicht für lange shit die kohle die reicht nicht leute ach warum kann ich denn jetzt hier wieder nicht so scheiße scheiße energie weg na gut ah nein jetzt muss ich wieder alles oh man überall drauf klicken ja gut egal da kommt dann zack 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 da klicke ich halt eben hehehe so dann brauche ich ein u-boot genau da gibt es zwei u-boote oh der mit seinem blöden mix hier immer ja klar komm Sicherung rein mach die Sicherung rein bei dem Typen los so volle ladung ja genau so u-boote mal gucken ob der Schiffe hat der Typ eh mal gucken ob der Typ Schiffe hat ich glaub's ja irgendwie nicht aber Sicherheit geht vor ne so dann geht ihr mal bitte ein bisschen nach vorne ihr auch bitte wo wollt ihr wieder hin ne geht ihr euch mal reparieren ja ja muss ich gleich mal gucken in Ordnung ja ich spiele sehr langsam das ist halt so was zur ey boah das ist jetzt aber ey boah das ist ja das ist gemein Leute das ist gemein jetzt gerade wo ich u-boote gebaut hab dieser Penner wirklich so dann bauen wir Tesla Panzer macht ihr mal schneller bitte diese Schiffe im Arsch Leute ich kann es mir nicht leisten hier Gebäude zu verlieren Mann ja klar natürlich Bau ey alter Bauhof Leute nö so äh what ich hab nicht gespeichert Mann ihr Idioten was zur hä wo kommt die denn her äh oh kommt der auf einmal mit drei scheiß Schiffen an hier das kann ja wohl nicht sein kommt der auf einmal mit so dreck Schiffen an äh mach die kacke weg hier ja toll jetzt hab ich ein U-Boot kein Bauhof mehr ja begrenzte Einheiten pfff pfff wo hab ich die fünf im Versuchen eigentlich her bereit zum Einsatz in Ordnung ich hab auch keine Spezialwaffen ne das ist so blöd bestätigt boah der hatte mich echt überrascht aber ich kann ja nach wie vor Einheiten bauen ne einheit bereit was schießt er eigentlich die ganze Zeit ein Schlachtkreuzer das gibt's doch nicht ey hat der jetzt wirklich nur ein Schlachtkreuzer also diese Mission möchte ich ungern nochmal neu starten Leute wirklich nicht ey ey da ist er da ist er da unten ja das U-Boot braucht dann natürlich Ewigkeiten melde mich wie befohlen oh man Leute ja lass den ruhig mal hier lass den ruhig mal daneben schießen lass den ruhig mal daneben schießen das ist okay so ach so ist natürlich kann man da an mit so zwei scheiß Dings Einheiten ey äh wie soll ich das denn jetzt noch machen wie soll ich das jetzt noch machen kann es sein dass ich hier echt feile das kann sein dass ich hier echt noch feile ich muss mich halt irgendwie irgendwie einen Bauhof einnehmen ja aber so jetzt kommt er mit dem Hubschrauber an so so lass es toll Tesla Panzer ist aufweg er schießt auf den Sammler okay okay Leute aua puh okay und der Schlachtkreuzer ist gleich weg boah sehr gut kommt er mit Flugzeugen alter Schwede äh okay okay gut ich brauche hier äh nur Tesla Panzer anscheinend okay boah das ist eine krasse Mission muss ich sagen das ist echt schwer boah ein Bunker noch das ist krass muss ich sagen boah Leute der wird sein Dreck Spawner auch ne der hat einen Spawner hier denke ich mal so weitere Tesla Einheiten ja lass den das mal versuchen das ist okay was sagt der die Edelsteine da oben ein oh ein Raketenwerfer ja toll tch so dann weiter U-Boot weiter geht's halb kaputtes U-Boot ey Mann bestätigen oh sie ist ja dann okay dann Tesla Panzer das ist die stärkste Waffe die ich hier hab Mensch was nun mach schon Freundchen das hat ne Tag was so ja Gott okay toll Leute toll scheiße es tut mir leid ich hab vergessen das Ding zu speichern 17 Minuten für die Cuts ne Leute wisst ihr was dafür mach ich die Folge heute länger das kann ja nicht wahr sein dann mach ich die Folge länger pff pff Leute okay äh was soll das denn so kommen die scheiß Hunde da sind die Hunde was soll das denn Leute 17 Minuten für die Cuts man so wieso kommen die jetzt da raus so 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 gib mir diese scheiß Einheiten so ja klar natürlich schießt ihr auf meinen Bauhof ey so pff was war das denn gerade ey da kam auf einmal eine Tanja raus okay ich muss mich wirklich wirklich verteidigen okay ich versteh schon Leute ich versteh schon alles klar so ich muss mich echt schnell ich muss echt schnell sein hier ne Drecks Hund weg damit so fahr einfach da drauf man so einfach platt fahren ach ach man Leute ja das tut mir leid aber woher sollte ich denn wissen dass der auf einmal da mit der Tanja rauskommt ey das kann ja wohl echt nicht wahr sein Sicherung rein Sicherung rein ja ganz genau das Tech-Zentrum brauche ich nicht das ist auch schon mal gut Sicherung rein was zur Hölle Leute also wirklich ähm Puh so das war ne Nummer gerade das sag ich euch krass nein hol dir doch die Dings Edelsteine jo sehr schön so boah das war ne Nummer gerade ey Mann 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 pff zerstören sie die Basis der Brüder Molotow okay dann machen wir das mal du sammelst bitte die Edelsteine weiter ein hier Sammler und ihre Abneigung gegen Edelsteine so so ein paar Manneken weg machen ja Leute dann wird das eine 40 Minuten Folge weil ohne Fortschritt möchte ich hier nicht agieren definitiv nicht so dann bauen wir einen zweiten Sammler so dann haben wir das alles klar dann Großkraftwerk ja so alles klar das Großkraftwerk da ist der zweite Sammler schon mal gut und Radarstation so ich werde aber gleich einen Sammler nehmen und mir wirklich hier oben die Edelsteine einkassieren hier so genau die nämlich oder kommt der jetzt mit voll mit dem Hubschrauber an wenn ich da rumfahre ne ich glaube nicht was zu ok gut Leute Großkraftwerk Flugzeuge werde ich hier auch nicht brauchen definitiv nicht ich werde keine Flugzeuge brauchen hier so so einfach nur eine Werkstatt so ja ja komm komm mit deinem Scheiß da so ja klar Penner ey richtiger Penner so Tesla Spule noch nicht Sammler noch nicht so ja das habe ich mir nämlich fast gedacht Leute was wir da Silos brauchen so und Tesla Spule und dann direkt Tesla Einheiten Tesla Einheiten vor allem eine U-Boot werft so Manneken werde ich auch nicht bauen einfach nur äh einfach nur Tesla Panzer Tesla Panzer Tesla Panzer Tesla Panzer so wo kann ich die denn hinbauen muss ich warten bis der Tesla Panzer fertig ist ganz genau Leute so Tesla Panzer kommen wir nach links so genau so dann bau die U-Boot werft direkt U-Boot ey meine Güte so eine Spule brauche ich noch so mach doch hier vorne verdammte Sammler so perfekt so kann ich mit den beiden jetzt anfangen die Sammler hier platt zu machen so genau schön die Sammler ärgern oh jetzt kommt der halt jetzt kommt der angeschissen jetzt kommt der angeschissen genau so ah verdammt nochmal wow fahr runter fahr runter fahr runter pfff das war glaube ich ein Fehler shit das war glaube ich echt ein Fehler äh äh der ist direkt weg hier so so und da oben noch genau so zack ja ok äh das ist ganz schön anstrengend was zur was ist hier kaputt gegangen ich weiß es nicht oh Leute jetzt hör doch mal auf so so ok alles klar gut ja wie gesagt dann wird diese Folge halt mal spontan 10 Minuten länger boah der geht mir da echt auf den Zeiger muss ich ganz ehrlich mal so sagen so der Sammler geht mir auch auf die Nerven so weg damit da oben werde ich auch eine Flak hinbauen weitere Rote so boah nicht schlecht die Mission nicht schlecht auf jeden Fall so so da brauche ich jetzt die Flak hin sch so mechaniker der hat Mechaniker der Sack hört ihr das dieses Geräusch der Sack hat Mechaniker na gut einfach Tesla Panzer und U-Boot so Leute so irgendwie schreit da draußen so alle platt machen hier so Boah, da muss man sich echt konzentrieren drauf. Echt krass. Vor allem, wenn er gleich mit den Schiffen ankommt und meinen Bauhof haben will. Flugzeuge, die gehen ja noch. Ne? So, weg damit. Sehr schön, Leute. Sehr gut gemacht. Puh. Heißer Mechaniker. Weg damit. Ja. Ja, ist doch bloß, du kannst dich da... Ich wollte schon sagen. So. Aber irgendwie... Ist der Geldfluss irgendwie schwach hier? Ich hab wieder kein Geld. Das liegt daran, weil ich mir so teure Einheiten kaufe hier. So, jetzt aber. Speichern. Mission 13, Add-on. So. Weiß er. Ja, dass er gleich da mit der Tanja kommt, das hätte ich echt nicht erwartet. Das hat bis jetzt noch nie ein Gegner gemacht. Mit einer Tanja angeschissen zu kommen. Ne. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Aber interessant. Okay. Äh, da würde ich sagen... Kostet auch 1500, ne? Die wandelnde Tesla-Spule. So. Mach doch hier. So. Alles klar, liebe Leute. Dann... Nehme ich mir jetzt meine U-Boote. Und fahr mal hier hoch. Wo kommen nämlich diese gleiche Dreckschiffe her? Warte, schon wieder eine MIG. Ja, ja, komm. Repariert. Ja, Sir. Bestätigt. Ein Heik-Fedder. Ja, Sir. So, wo bleiben... Wo sind die Dreckschiffe, hä? Was kommt da schon wieder? Ah. So. Gottes Segen. Wir sind repariert. Die geile Mucke wieder. So. Melde mich. Ich stelle die Tesla-Panzer mal schön da hin. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. So. Genau. So. Dann brauche ich hier unten noch eine Spule hin. Ja, das war klar. Das war klar, Leute. Dass jetzt die Energie weggeht. Sechs. Aha, verdammt. Zack. So. Oh. Gottes Segen, Leute. Damit muss das doch klappen. So. Ähm. Weiter geht's. So. Weitere Tesla. Einfach nur Tesla-Panzer. Einfach nur Tesla-Panzer, Mann. Wird repariert. Mehr brauchen wir hier nicht. Ich habe hier sechs Uhr. Äh. Ja. Dann werde ich gleich sehen, wann der Spawner kommt hier. Und da unten ja noch der Schlachtkreuzer, ne. Richtig, richtig. Alter. Richtig, richtig. Kann ja nicht mehr lange dauern, eigentlich. Da sind sie. Ah. Das habe ich jetzt verkackt. Scheiße, Leute. Da sind sie. Das habe ich jetzt verkackt. Ja, weil ich einmal mit der Aufmerksamkeit woanders war. Einmal mit der Aufmerksamkeit woanders, ey. Scheiße. Ja, gut. Er kommt dann. Mach den platt, Mann. So. Und noch da drauf. Ha, sehr gut. Das haben wir zumindest schon mal abgewehrt. Wenn ich jetzt noch die Tesla-Panzer dahin stelle, dann alles gut. So. Nein. Ah. Der macht doch immer... ...schön weit weg, ne. Immer schön weit weg. Aber gut. Kriegen wir hin. Mach mal. So. Den haben wir schon mal verteidigt. Das ist schon mal gut. Wir haben noch einen Bauhof. Alles gut. So. Okay, dann. Dann das eine U-Boot bitte da runter. Für den Drecksschlachtkreuzer gleich. So. Alles klar. Weiter. Tesla-Panzer. So. Alter. Schnell wie möglich. Das muss das U-Boot da runter. Erwarte Ihre Befehle. So. Da ist das U-Boot. Sehr gut. Gut. Den... Den Scheißträger haben wir verteidigt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Leute. Dann einfach weitere Tesla-Panzer. Da habe ich noch so eine kleine mobile Verteidigung hier. So. Einfach weiter Tesla-Panzer. Das ist die beste Takt... Da ist er. Da ist er. Da ist der Wichser. Der Penner. Hier Einsatzfahrzeugen aus. Und das war's. Sehr, sehr gut, Leute. Da ist er. Da ist er Schlachtkreuzer. Und da ist er weg. Schadensbegrenzung. Auf jeden Fall. Das läuft viel besser. So. Boah. Du nervst mit deinen Drecksfliegern. Wird repariert. Alles klar. Sehr gut. Ah. Perfekt. 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 So, Leute. So. Jetzt ist der aber weg. Alles klar. Cool. Leute. Äh. Wir haben's. Wir haben's. So. Zehn Minuten habe ich noch. Dann würde ich mal sagen. Äh. Jo. Jo. Ha. Machen wir einfach mal weiter. So. Wo bleibt die Tanja? Hier kommt doch gleich noch irgendwann noch eine Tanja. Da muss ich drauf aufpassen. Da. Ah ne. Das sind die, äh. Die Kronopanzer. Der hat die Flakplak gemacht. Ey. Dieser Sack. Okay. Egal. Ähm. Gut. Wo bleibt die Tanja? Da hab ich wahrscheinlich irgendeinen Hubschrauber nicht gesehen oder so. Dann geht mal hier oben hin los. Ja, das ist jetzt natürlich. Wenn ich nicht reparieren kann, ist das scheiße. Ja, gut. Ja, klar. Da geht mir einfach direkt die Edelsteine weggemacht hier. Ja, komm. Das sollte doch passen, so. Direkt vor der Basis die Edelsteine wegklauen, ey. Das ist ja geil. So. Alles klar. Cool. Dann. Hä, Flak. Mann. So. Das ist schon heftig hier. Ja, gut. Das ist egal. So. Du hast doch abgeschossen. Genau. Abgeschossen. Äh. Wenn wir nie können. Ach. Direkt zack weg damit. So. Sehr schön, Leute. So. Dann. Würde ich mal sagen. Wo bleibt die Tanja? Da war doch gerade eben eine Kack-Tanja. Die Szene kommt gleich. Deswegen speichere ich das nochmal. Bevor da wieder irgendwas, äh, ja. In die Hose geht. Unser Stützpunkt wird angekackt. So. Drecksflieger. So. Leute. Gut. Weitere Tesla-Panzer. Einfach nur Tesla-Panzer, Mann. Ja, ich weiß. Würde ich sagen. Gehe ich mit denen mal nach vorne. Und fange mal ein bisschen an, mich hier durchzufressen mit denen. Ja. Macht. So. Und Attacke. Und Attacke. Los. Am besten nicht in die, nicht in die Verteidigungseinheiten fahren hier. Wenn ich das kaputt mache, ist es verloren oder was? Geld. Da ist Geld. Zweimal Geld. Geil. Was ist das hier oben? Da ist die Tanja. Von da oben. Das ist aber mies, Leute. Von da oben. Von da oben. Okay. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Von da oben, die Tanja. Naja, gut. Zum Glück habe ich gerade genug Geld bekommen. So. Energie reicht genau, ey. Das ist unfassbar. Gut. Aber egal. Das haben wir verteidigt. Das läuft echt besser. Und, äh, yo. Der hat mir noch das Radar weggenommen, ne? Der Sack. Ja. Der hat mir noch das Radar weggenommen. Ach, Mann. Blöde Tanja da. Ja, gut. Aber die kann ich ja mal reparieren. Hä? Reparieren fahren ohne Werkstatt. Ja, auch gut. Auch gut, ey. Och, jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ey, wirklich. Abgeschlossen. So, hier. Bergstatt. Ach, du Heiliger, ey. Das ist ein V2, ne? So, dann macht ihr jetzt mal, würde ich sagen, mal hier weiter. Und macht mal hier diese U-Boot-Werft platt. Wegmachen. Zack. So, sehr schön, Leute. Was ist das hier eigentlich? Ein Radar. Oh. Dann wegmachen den Scheiß. Aber am besten nicht in die Bunker fahren. Ach, ihr seid doch bescheuert, ey. Wirklich. So. In Ordnung. Oh. Vertickt. Ja, okay. Er hat keine Kohle mehr. So, sehr schön, Leute. Oh, wir machen Fortschritt. Das ist doch mal gut, Leute. Wir machen echt Fortschritt. So. Sehr schön, Leute. Alles klar. Dann weiter Tesla-Panzer bauen. Und mal speichern. Das ist nämlich gar nicht mal so... Oh. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht hier. Bisschen um 13, ey, doch. So, Leute. Dann haben wir nämlich gleich auch schon die Extension voll. Die 5 Minuten. Was zur... Seit wann halten Manneken mehr als einen Schlag von der Tesla-Spule aus? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na gut. Danke. Toll. Toll. Schön auf meinen Sammler, ne? Was für ein Drecksack. Ey, wirklich. Was ein Drecksack. Ein Hubschrauber, der alle meine... Das gibt's doch nicht, ey. Verdammt nochmal. Ein Hubschrauber, der hat alle meine Tesla-Panzer hier platt gemacht. Ah, ich hab kein Geld mehr. So. So. Da, Junge. So. Neuer Sammler. Neues Glück. So. So. Mann. Jetzt hab ich wieder 6 Tesla-Panzer. Schon mal gar nicht mal so verkehrt. Das ist der Hubschrauber, der hat angeklappt. So. Okay, Leute. Dann. Einfach weitermachen. So. Einfach weitermachen. Speicher ich nochmal. Ob die reichen, weiß ich nicht. Kommt doch einfach hier runter, Mann. So. So. Hier sind auch die beiden U-Boote. Wehe, der Hubschrauber kommt jetzt wieder. Das wäre richtig blöd. Ah. Nix da. Da ist dieser Hubschrauber. So. Alter Schwede, der kommt ganz schön oft hier angeschissen. Aber gut, ist halt ein Russe, ne? Was will man da erwarten? Die sind schon aus dem richtigen Fleisch geschnitzt hier. So. Team 1. Auf diese Tesla-Spule da unten. Nicht wieder in die Basis reinfahren. So. Nicht wieder in die Basis reinfahren, Mann. So. So. Und platt machen. Ah, das könnten wir sogar hinkriegen hier. Ah, das könnten wir sogar schaffen mit den vier Tesla-Panzern. Wutz. So. Drei Tesla-Panzer noch übrig. Gemischte Waffen, ey. Das ist so lustig anzusehen, ey. So lustig anzusehen. Gemischte Waffen. So. Was, was wohl die denn? Ja. Der andere wird auch noch fertig. Mach diesen Schattengenerator platt. Du nervst mit deinem Scheiß da. So. Äh. So. Vielleicht schaffen wir die Mission sogar noch, ne? Wer weiß. In zwei Minuten. Könnte. Das könnte. Könnte klappen. So. Da macht jemand hier das platt. Und zack. Und zack. So. Nochmal speichern, weil dann mach ich nämlich gleich da hinten dieses Krankenhaus platt. Da. So. Man weiß ja nie, ne? Ob man dann verliert. So. Jetzt kommt hier unsere Rache, Mann. Dummer Verräter. Dumme Verräter hier. So. So, Leute. Und Bots. Und Bots. Was zur... Da oben ist ein Tarnbunker. Da ist ein Tarnbunker. Ich glaub's nicht. Und der fährt natürlich rein, ne? Klar. Was ist hier? Nichts. Okay, gut. So. Bauhof platt machen. Los. Tesla Power hier. Schaut euch das an. So. Und Bots. Sehr schön. Ja, die könnten... So. Naja. Okay, gut. Eine Minute noch. Schaffen wir das noch hier? Vielleicht schaffen wir das noch. Lass das Ding auch platt machen. So. Oh, wir haben es tatsächlich befreit hier. Das ist doch mal geil. Zack. Und hier noch diese Flack. Ah, okay. Die Gebäude gehen aber schnell platt. Wobei das Ding, das hält mehr aus. Jetzt kommen wir nämlich langsam in den Bereich. Nee, oder? Ah, hier ist ein Bild. Nein. Raus da. Ach, Mann. So. Diese MIG da. So. Weg machen. Hier oben. Haha. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Geil. Wir haben es gleich. Tatsächlich geschafft, ey. Die 40 Minuten sind zwar voll, aber das mache ich jetzt noch. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Egal. Ja, da unten. Mach das Ding noch kaputt. So, hier. Ja, Leute. Da haben wir auch diese Mission. Geil. Richtig nice. So, diesen Schattengenerator da noch weg. So, lösen die Dinger schnell. Es sei denn, die haben jetzt noch Schiffe, ne? Das wäre scheiße. Gut. Wurde fertig habe ich ja noch hier. Oh, gut. So, neues Team 1. So, dann hier auf die Energie. Zack. Gut. Und auf die Jagd da. Ja, ja. Okay. Der lädt einfach nur so extrem schnell auf. Okay, Leute. Ja, ja. Ist gut. Wir haben es geschafft. Wir haben die Mission. So. Richtig geiler Sound, ey. Okay. Haben wir es jetzt. Ha. Geil. Okay. Der hat gar keine Schiffe mehr. Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh, Katzin. Perfekt, liebe Leute. Okay. Boah, wir haben es geschafft. Brunsgalerie freischalten. Spanien Waffenbrüder. Puh. Verluste Alliierte 8. Achso, wie jetzt. Alliierte 8. Ja gut, es gab keine Alliierten. Das ist... Es gab keine Alliierten. Deshalb. Okay. Gut. Alles klar, Leute. Dann haben wir auch die 13. Mission schon hinter uns gebracht. Dann sind es jetzt nur noch drei Missionen. Oh mein Gott. Ja. Dann wird wahrscheinlich nächste Woche, die letzte Woche erstmal sein mit Alarmstufe Rot. Verstärkungen sind eingetroffen. Grüne Karte, sehr gut. Wir haben nur noch drei Missionen tatsächlich. Schocktherapie. Okay. Der jüngste Tag. Deuce Ex Machina. Aha. Ja, dann starten wir vielleicht nächste Woche schon in Tiberium Konflikt. Müssen wir mal gucken. Hier, Leute. Chris Porträt eines kostümierten Soldaten. Chris Rubio verkleidet als alliierte Soldat für Alarmstufe Rot. Chris war Cure-Tester und wurde zu diesem Bild überredet. Wurde überredet oder gezwungen? Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke an. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschö, tschö.